Hallo, wir sind die Leichterkläden und sind momentan bei der Universiade in Napoli. Und wisst ihr, was so richtig cool wäre? Wenn Deutschland 2025 die Sommeruniversiade ausrichten würde. Stimmt, oder? Exzellente Idee, World University Games in Germany zu haben. 2025 in Germany wird marvellous sein und wir freuen uns, dass wir Deutschland genießen. Ich hoffe, ihr habt es geschafft. Ich freue mich. Ich danke dir. Hey, I'm from Brazil! Hallo, Alemanha! Seria muito bom termos das Universiadas da Alemanha. Looking forward to being in Germany in 2025. Good luck to Germany. Good luck to Germany. I'm looking forward to seeing you all in Germany in 2025. We're looking forward to going to Germany in 2025. We're looking forward to seeing you all in Germany in 2025. Ciao! Ciao! Come join us. We're going to do five University games. German chocolate? German chocolate. German, here we come. Well, we're at the end of exploring somewhere. We're going to go. Vielen Dank.